Also ich zeige euch jetzt einen Hide-in-Seek-Spot, wo ihr nicht gesehen werdet. Hier bei Cloudy Condors, ihr verwandelt euch einmal in Chromschleim. Passt auf, geht hier rein und bleibt hier drin. Euch wird keiner sehen. Euch sieht man nicht mal von außen, Leute. Einfach hier rein. Und glaubt mir, ihr könnt in der Runde ungestört da ein bisschen chillen, wenn ihr essen geht oder wenn Mama Essen gemacht hat. Ganz easy und peasy.